Typ Tune Leute! Servus und herzlich Willkommen, mein Herr Rodeslord! Ich muss euch jetzt wieder verdrösten, nächstes Lied dauert noch ein bisschen. Es wird, ja, ihr glaubts, ihr habt's in den Kommentaren euch gewünscht. Es wird der singende Russe, es wird ein Cover. Und es wird auch wieder ein Gamesong kommen mit Hashtag Frühling, äh Quatsch, was laber ich? Hashtag Frühling 3 ist auch schon in der Planung. Hashtag Frühling 3. Äh jo, Kölsch ist das Beste. Falsch rum, haha. Die Pfütze gemacht, na egal. Wer das jetzt gesehen hat, ist ein Hater. So, und ich hab mir, ähm, das ist jetzt noch Vlog-mäßig, ja, es wird auch mal wieder Song-mäßig was kommen, was durch ist, so. Aber ich hab mir jetzt was richtig Geiles überlegt. Äh, ich hab eine Idee entwickelt. Quasi, es gab ja mal, oder ich weiß nicht, ob es das noch gibt, es gab ja mal eine Zeit, da wurden immer so auf YouTube so Tags gemacht. So, ja, ich, äh, entwickle irgendwas, und, dann muss das irgendjemand machen, und der muss dann jemand anderem taggen, und, der muss das dann auch machen, so. Damit halt nicht diese ganzen, weiß ich nicht, also ich blende mal kurz was ein, so. Und, äh, da seht ihr ja. Äh, es gibt halt Leute, die wollen halt immer promotet werden, aber das sind halt immer plebos, so. Und ich finde, es sollten halt mal die Kanäle promotet werden, die zwar klein sind, aber gut. Wie gesagt, fände ich es einfach eine gute Idee, da hab ich euch mal hingesetzt, hab mir mal ein Konzept ausgearbeitet. Hier, äh, äh, trag das mal kurz vor. Schick, oder? Ein Foto von mir, das hab ich grad eben gemacht. So. Also, man, äh, guckt quasi die kleinsten Kanäle, die man so abonniert hat. Und, äh, oder die drei besten kleinen Kanäle, die man abonniert hat, und erzählt dann halt so, äh, also, in die Kamera rein. Warum? Und was an denen gut ist? Man könnte das so nennen, keine Ahnung, so, äh, frei nach dem Sprichwort. Äh, zeig mir, was du schaust, und ich sag dir ja, du bist so zum Beispiel, ne? So, und dann nehm ich den Tag einfach mal direkt so. Ich find, keine Ahnung, kann mir halt so n Sinn, könnte man mal machen. War jetzt übrigens wieder Kanäle, alaf, an der Stelle, alaf, Leute. Was sieht bei meinen Augen eigentlich? Mach keine Schleichwerbung. So, ähm, genau, also ich würde jetzt einfach mal alle taggen, die das sehen. Also, eigentlich taggt man ja bestimmt Leute, aber ich tagge jetzt einfach mal alle, die das sehen. So, hab ich mir grad so überlegt. Äh, guckt mal, wenn ihr Videos macht auf YouTube, guckt mal so die drei, äh, Jetzt krieg ich hier eine Nachricht, sorry, kann, 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 kann nicht. Ein Dementer Dementor dementiert die dementierte Aussage über die Demontage seines Demontieres. Bei Demeter. Großartig. So, und deshalb stell ich euch jetzt einfach mal drei kleine Kanäle vor, die ich abonniert hab, und erzähl euch, warum ich sie abonniert hab.